So, moin Leute! Das Thema heute ist Lifehack mit dieser wunderschönen Erdnuss. Ich habe überlegt, wie kann ich die Frucht aus dieser Zweikammer Erdnuss ernten und bin dafür in meine Kreativwerkstatt gegangen und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es stehen mir mehrere Werkzeuge zur Verfügung. Bevor ich jetzt aber an mein Ziel komme, nämlich an die Frucht der Erdnuss, finde ich, sind wir es ihr schuldig, doch nochmal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Sie ist goldbraun geröstet, hat eine Form wie eine 8, sagen wir mal wie eine ovale 8. An den Enden ist sie formvollendet gerundet und endet mit einer kleinen Spitze. Das gleiche finden wir oben auch, allerdings in etwas abgewandelter Form. Wunderschönes Exemplar. Jeder, der dieses Bild sieht, denkt, ja, die würde ich gerne vernaschen. So, womit öffne ich jetzt diese wunderbare Erdnuss? Mir stehen mehrere Mittel zur Verfügung. Alles, was hier auf dem Tisch liegt, wäre geeignet, um die Erdnuss zu öffnen. Ich mache es einfach so. Guten Hunger. Super lecker. Wirklich gut. Leute, wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch meinen Kanal. Und jetzt mal ganz ehrlich. Wie öffnet ihr eure Erdnuss? Haut raus. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Ciao!